Hallo liebe Trader in Investoren, ich grüße euch. Heute ist Montag, der 25. September und ich möchte mit euch den Gewinner der letzten Woche durchgehen und euch zeigen, welche neuen Options Trades ich gemacht habe und welche Trades wir für kommende Woche erwarten. Und heute Morgen habe ich extra zwei Videos für euch geschossen, da einige gerne mal wieder Öl-Scalping sehen wollten. Beeile ich mich, damit ich innerhalb der 11 Minuten bleibe. Also Risiko-Disklaimer, wir dürfen keine Anlageberattung teken, das verboten, daran halten wir uns. Wir dürfen keine Handelsempfehlung aussprechen, das ist ebenfalls verboten, daran halten wir uns auch. Somit alles, was wir sagen und zeigen, dient ausschließlich zu Ausbildungsinformationszwecken. Für die Futures Trader unter uns gilt CFTC-Regel 4.41 irrelevant, was jemand hier am Backtest zeigt, hat nichts mit der Zukunft zu tun und Copyright ist ebenfalls in Effekt. Agenda für jetzt, meine FX-Gewinner letzte Woche, Themen diese Woche, neue Option-Trades und meine FX-Trades für kommende Woche und Bonus-Öl-Scalping. So, meine FX-Gewinner letzte Woche. Ich sagte, alle vier Ideen, die ich gestern, gestern entschuldige bitte, die ich letzte Woche vorgestellt hatte, hatten eine Gültigkeit vor der FED. Die FED war am Mittwoch um 20 Uhr. Long Aussie gegen Schweiz, ein Seitwärts-Trade, Aussie gegen Kanadischer Dollar, ein Short, Pfund gegen Yen, ein Seitwärts-Trades, Euro gegen Schweizer Franken. Long Aussie gegen Schweiz, das war die Idee, die Folie, die ich dir gezeigt hatte letzte Woche. Das ist das Outcome, das Resultat. Also, leider nicht eingestoppt worden. Die Order lag hier unten. Das ist Montag, dieser Mittwoch, Donnerstag. Was war A? A? Das ist FOMC, Mittwochabend. Das heißt, vorher hatte der Trade Gültigkeit, hinterher nicht mehr. Also, Trade nicht gefeuert, allerdings Richtung korrekt. Warum auch? SNB, siehst du hier, hat unerwartet den Zins nicht erhöht und damit direkt abgestraft worden. So, Aussie gegen Kanadischer Dollar als Idee. Das war unsere Box. Habe ich dir letzte Woche gezeigt. Am Montag, Gültigkeit bis zur FOMC, Mittwochabend 20 Uhr. Und der Trade ist eingestoppt worden, schnurstracks bis ins Target gelaufen. Unsere statistische Halte, Dauer seit sieben Jahren von zwei Tagen pro FX-Trade, noch nicht mal erreicht, sondern vorher ins Take-Profit gelaufen. Den Trade gab es übrigens zweimal, wie so häufig bei uns. Und die Levels natürlich kein Zufall. Da, dritte Trade-Idee, Short Pfund gegen Yen. Pfund, das war die Idee, warum die Schwäche, weil die Bank of England niedrigere Inflationszahlen reinbekommen hatte vor ihrer Zinsentscheidung und dann den Zins nicht weiter erhöht hatte. Also die Abstrafung und somit die Richtung sowieso klar. Allerdings wir in diesem Trade vor der FOMC nicht dabei. Und Seitwärts-Trade Euro gegen Schweizer Franken. Das war die Idee. Und das Outcome, das gibt es zweimal witzigerweise, das Outcome sehen wir hier. Bis zur FOMC nicht eingestoppt worden. Und dann ist der Trade off. Ist nicht mehr gemacht worden. Allerdings ist es sowieso nicht gemacht worden, weil mein Ziel ist auch 1,5% die Woche. Und ich kümmere mich dann um andere Themen, wenn die eingefahren sind. So, Themen diese Woche. Zentralbank-Wiederholung letzte Woche. Die Chinesen haben ihren Leitzins unverändert gelassen. Was war das Überraschende? Dass sie trotz Ankündigung, dass sie ihren Immobilienmarkt stützen möchten, die fünf Jahre nicht gesenkt hatten. Die fünf Jahre hängen in China am Immobilienmarkt. Fett unverändert ihren Zins gelassen. Aber sie erwarten selbst für dieses Jahr noch eine weitere Zinserhöhung. Und der Markt hört sie endlich. Ich habe es oft gesagt auf YouTube, umsonst für euch. Sie sind gesetzlich verpflichtet, die Inflation auf 2% wieder runter zu bekommen. Egal wie. Und sie selbst sehen die Inflationsrate erst im Jahre 2026 wieder auf diesem Zielniveau. Also höhere Zins für länger. Unsere Gehirne müssen und werden sich an höhere Zinsen wieder gewöhnen. Und wichtig, makroökonomisch sehen sie ein verändertes Umfeld. Das sagen sie nicht so. Aber ich sage dir das. Ich übersetze das für dich von Goldilocks zu Stagflation. Das heißt Long-Rohstoffe, wenn überhaupt. Wir haben in uns einen schwierigen Bear Steepner. Wenn du nicht weißt, was das ist, empfehle ich dir das Nummer 1 Video auf unserem YouTube-Kanal. Der Wirtschaftszyklus und die Zinskurve und wie ich damit Geld verdiene, damit du verstehst, in welchem Spiel du überhaupt bist. Powell glaubt, wichtigster und interessant ist dein Nebensatz aus der ganzen Pressekonferenz, dass temporär die Neutral Rate höher sein könnte. Und da ist jetzt der Markt auch aufgewacht. Und deswegen sehen wir teilweise sogar ein Parallel-Shift higher in der Zinskurve in den USA. Und der Dollar outperformed. Wir waren eben bei 155. Ich bin sehr stolz auf meine Trader, die das sogar im Chat gepostet haben. Das wird ein immer professionellerer Chat. Der wird sogar besser, als ich bei Banken gesehen hatte, bei denen ich gearbeitet habe. Warum auch? Weil ihr ja professionell ausgebildet seid und mehr wisst, als die Leute, die dort arbeiten. SMB unerwartet den Leitzins bei 1,75 gelassen. Warum? Auch deren Inflation kommt runter. Aber, wichtiger Punkt, in der Schweiz, vor allen Dingen in Zürich, haben wir einen Immobilienmarkt, der weiter überhitzt. Also völlig was anderes als im Rest der Welt, wo du von morgens bis abends nur hörst, die Immobilien... Egal, in der Schweiz ist das anders. Hier wichtiger Punkt, das wirkt inflationär, aber die Daten kriegen wir für November, erst am 4. Dezember. Also eine Woche vor der nächsten S&B-Entscheidung, Zinsentscheidung. Und Jordan sagte uns schon, ich weiß nicht, was wir in der nächsten machen. Wir sind nämlich datenabhängig, wie alle westlichen Zentralbanken mittlerweile. Und wir werden definitiv den Schweizer Franken weiter schützen, indem wir Fremdwährungen verkaufen. Aber, ob wir am Leitzins drehen, da müssen wir die Daten abwarten. Wann das passiert, habe ich dir gerade gesagt. Dann Bank of England Leitzins, 5,25% gelassen, 4,05% das Voting-Ergebnis. Und Inflationszahlen kamen auch hier wesentlich niedriger vor dem Meeting rein, als erwartet. Erst hatte der Markt eingepreist eine Zinserhöhung, dann kamen die Inflationszahlen, dann stand es 50-50. Und sie haben nicht erhöht und das Fund wurde abgestraft. Bank of Japan, wie erwartet, ließen sie alles beim Alten, minus 0,10% der Leitzins. Yield Curve Control, 10 Jahre bei 0%, mit einem Band von plus, minus 50 Basispunkten. Jeder weiterhin davisch. Diese ganze Hektik, die einen Tag vorher, Yen Long, das war alles nur ein großartiges Geschenk vom Trading-Gott, dass du da drauf hämmern konntest, auf den Yen. Themen diese Woche, wir haben die US-10 Jahre auf dem Radar, somit auch den Real Zins, somit auch Gold, somit auch Dollar. Das ist alles wichtig, ich bin sehr stolz. Marlon hatte eben schon das korrekte Zinsniveau avisiert im Chat und Fetty hatte dann uns den Dollar-Index sogar reingestellt. Macht ihr hervorragend, Team. Wirklich gut. Glückwunsch an alle Trader, die diese Woche schon Geld verdient haben. Und die Woche ist gerade mal eine Session alt. US-Government-Shutdown haben wir auf dem Radar. Alex, hast du sehr gut gemacht. Ich hatte im Chat eine Hausaufgabe gestellt. Alex hat sie sofort gemacht. Wie hat der Dollar reagiert? Bei den letzten US-Government-Shutdowns. Und da sehen wir 2018, 2019 die Reaktion. Und 2013, und was viel wichtiger und interessant ist, dass selbst bei dem langen Shutdown, 16 Tage lang, der maximale Verlust war damals nur 1,7 Prozent im Dollar-Index. Aber die jeweilige Erholung danach ist bisher je gut gewesen. Freitag ist der wichtigste Tag diese Woche. Dann bekommen wir erst in Japan Tokio CPI-Zahlen. Die sind aber Platzhalter für das ganze Land. Dann haben wir in Euro die CPI-Zahlen. Und dann haben wir in UCE, the Fed's most preferred measure of inflation. Der PCE erwartet allerdings selbe Reading wie im Juli mit plus 20 Basispunkten. Und Kanada, GDP wird höher erwartet im Vergleich zum letzten Mal. So, neue Options-Trades. Was hat der Jay gemacht? In dem Konto, was ich mit dem Freitagsteam live handele, bin ich einen neuen Iron Condor eingegangen in Tesla. Achtung, am 18.10. sind der Earnings. Das heißt, ich bleibe nicht über Earnings drin. Und ein Cash Secured Put passend zum makroökonomischen Cycle auf XLE, wo ich mir diesen ETF andienen lasse bei einem Strike Price von 85, wenn wir da unten einschlagen. Da ich den Trade gerne haben möchte, bin ich sogar diesmal, ist ungewöhnlich für mich, unter die mindestens 1% annualisierte, also 12% annualisierte Rendite gegangen. Ich möchte gerne dabei sein. Das war der Grund. So, mein FX-Trades für kommende Woche. Hier ist mein FIS-Ergebnis. Fund gegen Cut Short. Britisches Fund gegen Neuseeland Short. Achtung, doppeltes Risk, wenn du beide machen würdest. Macht natürlich wenig Sinn. Neuseeland gegen Kanadischer Dollar als Seitwärts-Trade. Und ein Bonus-Trade hatte ich, glaube ich, auch irgendwo noch. Also, gucken wir uns an. Short Fund gegen Cut. Ich gehe den oberen von der zwei Schrägenstrichen gerne ein. Dann haben wir Short Fund gegen Neuseeland. Und siehst du, Trade ist schon auf dem Weg in sein Target. Kann ich also nur gucken, wie ich in ein höheres Level, falls wir da reinhandeln, nochmal reinkomme. Entschuldige, ich war zu schnell. Also, Nummer 2. Und dann ein Seitwärts-Trades. Neuseeland-Dollar gegen Kanadischer Dollar. Das erinnert dich wahrscheinlich an Aussie Cut letzte Woche. Sehr gut. Das ist der kleine Bruder davon. Und Schweizer Franken gegen Yen. Ebenfalls als Seitwärts hier zu sehen. Update auf Saudi-Arabien gegen KSA. Saudi-Arabien ist weiterhin ein Short. Interessant ist nämlich hier, Saudi-Arabien Oil Company macht nichts. Ist weiterhin bei 34, wie letzte Woche. Aber der ETF auf KSA schmiert ab. Da ist ja mehr drin als nur Saudi-Arabien Oil. Und das habe ich auf dem Radar. KSA ist und bleibt ein Short. Ich bin übrigens auch noch Pulti Home. Ebenfalls Short. Aber das nur am Rande. So, ich habe nur noch anderthalb Minuten. Ein Bonus-Sculp. Ich avisiere also heute Morgen. Achtung, Öl hitting 90 Dollars. I am interested. Dann, was ich mir noch anschaue. Und dann kam der Öl-Sculp Nummer 1. Hier ist das Ergebnis. Und ich ziehe mal kurz die Aufnahme rein. So. Also, was du siehst. Wir sehen aggressive Käufer, die in den Markt kommen. Ich sehe das richtige Verhalten im Markt. Genau das an einem Preisniveau, bei dem, bei welchem ich Interesse hatte. Wir sehen, wie Buy-Limiter und Sell-Limiter jetzt hier in Anführungszeichen diskutieren. Wichtig für meine Trader, die 9002. Ihr seht da, was ihr da seht. Und mein Target war ursprünglich die 9025. So, jetzt muss ich gucken, was ich dir reinziehe. Hier, genau. Jetzt ziehe ich erstmal hier, können wir sehen, in dieser Software ein Range Profile rein. Damit ich signifikante Marken sehen kann. Genau. Dann sehe ich, Value Area Low war das Target. Was mache ich hier? Achso, genau. Ich gehe auf das Live Align Right, dass ich das rechts sehe. Genau. Dann siehst du, ich bin zu hoch. Im Moment ist aber noch alles okay. Wie immer verklickt der Jay sich. Im Moment ist alles okay. Ich sehe also das richtige Verhalten im Order Flow, was ich auch sehen möchte. Jetzt habe ich einen Stop-Loss da reingezogen, wie du vielleicht sehen kannst. Also, free look above sozusagen. Gucken wir mal, was passiert. Ich meine, ich weiß ja, was passiert. Und, achso, warum nur kleine Size? Gute Frage, wenn sie einer fragt. Weil, falsche Uhrzeit. So, mehr sage ich dazu nicht. Das soll dir ja nur zeigen. So, hier gehe ich raus. Warum? Weil ich die 15, 16 gesehen hatte. Gegenseite kam rein. Sekunde. Ja, wir sind also, die 25 haben wir nicht geschafft. Wir wurden dann abgewiesen. Und dann kommt Sculpt Nummer 2. Da fällt dir dann gleich auf, dass wir auf der einen Seite sehen, dass der POC sich nach unten shiftet. Wir viel Liquidität von einem Buying-Programm, algorithmischem Buying-Programm unter uns sehen. Und wir schauen uns das auch gemeinsam an. Wenn du möchtest. Okay, super. Also. Ich bin wieder an einem 90er-Level. Interessiert mich wieder. Das ist übrigens das dritte Mal, jetzt in der London Session, dass wir an einem 90-Dollar-Level halten. Wir wurden zweimal gekauft. Aber mit dem Problem, dass wir immer wieder institutionelles Selling-Interesse über uns erkennen. Und ich gucke, dass ich das ein bisschen schneller mache, weil das Ding ist, glaube ich, recht lang. Hallo. Ah ja, genau. Das muss ich dir zeigen. Möchte ich dir zeigen. Wir gucken also hier. Wir akzeptieren niedrigere Preise. Das ist schon mal ein Thema. Problematisch für einen Long. Der Markt sucht seinen Bottom-Edge. Und hier zeige ich, jetzt kam gerade richtig Volumen rein. Also wir haben ein Selling-Programm, was gerade reinkam. Und unter uns ist noch sehr, sehr viel Liquidität. Jetzt gucke ich, was als nächstes passiert. Ja, genau. Schau mal hier. Hier committe ich mich. Erster Kontrakt Long. Ist korrektes Verhalten. Wir sehen Exhaustion unter uns. Was mir nicht gefallen hatte, war das Verhalten der anderen Märkte. Aber gut, ist egal. Ich committe mich. Und ich sehe, du wirst gleich sehen, wie wir die 88 höheres Volumen akzeptieren. Also 89, 88. Hier siehst du gleich. Wir hauen da rein. Wir hauen da rein. Wir akzeptieren immer mehr. Hier kümmert der Jay sich noch bis zu dem ehemaligen POC. Das war mein Take-Profit. Und wir sehen, wie wir die in der 88 reinhämmern. Und wir sehen Käufer, 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 Käufer. Und das ist eben das Interessante. Keine Software kann dir sagen, ob es danach steigt oder fällt. Sondern das Verhalten. Andere Märkte immer auf dem Radar haben. Und hier sehe ich, okay, wir akzeptieren niedrigere Preise. Immer mehr, immer mehr. Und dann merke ich, okay, du warst zu früh. Also was machst du? Gehst du raus? So, jetzt sehen wir hier. Das ist alles auf der... Das sind Sell-Limite, die pressen. Auch wenn du die nicht siehst, die pressen. Sie verhindern, dass die Receiving Market Buyer effektiv steigen können. Und ich gehe dann gleich raus. Ich muss nochmal gucken, wann ich rausgehe. Ich werde dir nicht 21 Minuten Video antun. Keine Angst. Ja, hier genau. Ich sehe also, wir akzeptieren immer weiter. 14, 16, 329 und dann gehe ich raus. 329 zu 59 ist kein... Das ist keine Finished Auction. Das heißt einfach nur, wir fallen weiter. Sorry, you're gonna get your ass handed to you. Macht keinen Sinn, da long zu bleiben. Also, be quick in taking losses. Wie hat ein Trader gesagt? Become a good loser. Dann kannst du auch ein guter Gewinner werden. So, also, du siehst, wie wir eine niedrigere Distribution ausbilden. Immer weiter, immer weiter. Und jetzt sehe ich gleich... Ich gehe zurück. Genau. Sehe ich... Die Käufer sind relentless. Die gehen nicht weg, die Käufer. Also, wenn dieser... Genau. Da committe ich mich wieder. Ich committe es wieder. Das richtige Verhalten. Leider zwei Ticks. Überhalb dem, wo ich gerne long gewesen wäre. Und jetzt bin ich wieder bei der 88. Und jetzt muss man wissen, dass um 14 Uhr der Futures Markt aufmacht. In den USA. So, da ist also mein Take Profit. 90,14. Du kennst vorhin eben die 90,15. Jetzt, genau. Jetzt zeige ich dir, wie ich die Position erhöhe. Also, ich sehe das richtige Verhalten. Sagt mir, super, das ist gut. Ich möchte longer sein. Ich möchte mehr als nur ein Kontrakt long sein. Seller kommen rein. Das ist normal. Positionen atmen. Das dürfen sie auch. Du siehst, wie die 88 hier sozusagen unser Durchschnittspreis ist von den Institutionellen, die hier oben akkumulieren. So, jetzt gehe ich bei einem ähnlichen Level, werde ich größer in der Position. Ich habe noch sieben Minuten, bis der Markt aufmacht. So, und ich gehe ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. So, jetzt quält der Markt dich, der quält dich. Der Retail möchte ja, dass, sobald du drin bist, dass der Markt sofort long geht. Guck mal hier. Dann gehen wir wieder auf die 88 runter. Siehst du das? Und da bin ich schon mit 3. Ich habe also die Position nochmal erhöht. Ich bin schon mit 3. Und ich sehe, dass die Sell Limiter, die Institutionelle Seller sind noch nicht weg. Also, meine Aggressive Market Buy Orders werden weiterhin absorbiert von den Institutionellen Sellern. I don't give a shit. Ich weiß, was passiert. So, und jetzt kommt der Stop Run. Boom! Jetzt Handelsfehler von mir. Hätte ich größer werden müssen. Ich hätte jetzt den nächsten Kontrakt reinladen müssen. Das ist ein Fehler. Steht auch hier auf meinem Notepad. Fehler gemacht. So, jetzt hast du gleich noch eine Minute bis zum Open. Und jetzt siehst du, wie wir gleich über der 88 akzeptieren. Da handeln wir die 88. Jetzt siehst du, wie diese Zahlen hier größer werden gleich. 1, 4, 17, 18, 4. Du siehst also, dass wir nach oben höhere Volumen akzeptieren und die Seller nach unten exhausten. So, und hier, ich will es versuchen zu erwischen. Jetzt siehst du gleich, wie die Sell-Limitte sich, wie sie gehen. Ich versuche ein bisschen sauberer zu sprechen. Ja, and the rest is history. Meine Trader sehen auch, was sie hier sehen. Die sind darauf ausgebildet, die Fortgeschrittenen. Und wir hämmern jetzt weiter nach oben. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Und hier oben wird es interessant. In the wake of recent Fed rhetoric underlining that inflation remains too high or the dollar also benefits from retreats in the Yuan. So, der gibt mir da gerade das Update. Was du hier siehst, ist eine Exhaustion bei der 9009. Und du siehst, dass aggressive Sell-Orders reinkommen. Und ich beharre nicht auf meine Targets. Also, warum auch? Das ist Nonsens. Ich passe mich dem Order-Flow an. Was du hier jetzt siehst, ist, dass ich gleich rausgehe. So, jetzt 9009. Und ich sehe schon wieder 32,3. Die Seller kommen rein. Das ist nicht, was ich sehen will hier oben. Aber sieht doch alles Bullish aus. Ja, zwischen Bullish aussehen und zwischen Bullish bleiben ist zweierlei. So, und jetzt gleich habe ich die Schnauze voll. Der tickt hoch auf 11. Exhaustet wieder. Und du siehst sofort wieder Verkäufer. Und da weiß ich, okay, wenn jetzt Verkäufer reinkommen, gehe ich raus. Sieben. Und gleich akzeptieren wir drunter. Der nervt mich, sorry. Gleich. Da ziehe ich meinen Stop schon nach. Ja, auf die 90,01. Da teste ich noch einmal hoch. Und das will ich nicht sehen. Das ist ein Iceberg da oben. 6 zu 43. 15. 25. Gegen 7. Ich sehe also nur Seller und die raus. Und das war die, sorry dafür, das war die richtige Entscheidung, wie du gleich sehen wirst. Also wir haben gesehen, 11 war das hoch. Hier, das war das hoch. Und danach sind wir komplett und haben die Liquidität unter uns abgegriffen. Und dann um 15 Uhr kam der andere Move. Und das ist eben das, was so trickreich ist, dass viele am Anfang sofort am liebsten diesen Unsinn machen möchten. Weil, was war das jetzt? Das war der erste Trade war plus 150 Dollar mit einem Kontrakt. Der zweite war 360 mit drei Kontrakten. Das sind insgesamt 510 Dollar. Ja, hört sich alles super an. Aber du musst so viel. Also ich habe acht Bildschirme vor mir. Ich schaue, ich sehe, ich höre, ich weiß, was ich sehen will. Das ist Königsklasse. Das ist Königsklasse. Wir machen das mit den Fortgeschrittenen, wenn die uns erstmal bewiesen haben, dass sie auch im FX-Swing jede Woche ihre 1,5% machen. Herzlichen Glückwunsch an Tim hier. Hat mich sehr gefreut. Der schrieb nämlich, es gibt alles immer mehr Sinn, so proud to be part of JMFX. Happy to have you. Dann sage ich, andere Welt, oder? Ganz anders als der technische Analyse-Scheiß, den du jahrelang gemacht hast. Und dann sagt er, ja, ja, wie war. Und Daniel hat auf Cut gegen Schweiz Long einen Gewinner gemacht. Tim hatte hier oben seinen Gewinner gepostet. Das ist etwas, was mich sehr, sehr stolz macht, dass die Trader lernen. So, das waren jetzt die Trader, die sich beweisen, dass sie jede Woche Geld drucken mit FX-Swing Trading. Das ist unsere Basis. Dann, wenn ich dir sowas zeige wie Dead Tesla, Iron Condor oder Cash Secured Put auf XLE, das kommt alles hier ein bis zwei Prozent pro Monat, meine Minimum-Anforderungen an uns im Investment-Portfolio. Und den ganzen Ölkram, den ich dir eben gezeigt habe, ich weiß, dass das so verlockend ist für alle, aber das kommt eben aus diesem Intraday-Bucket. Und wenn du das professionell, diesen Beruf Step-by-Step erlernen möchtest, dann lade ich dich ein, anstatt irgendwelche Hate-Kommentare auf Social Media. Da schrieb einer gestern und noch einer und noch einer und noch einer. Ich überlege mir, ob wir den ganzen Social-Media-Werbescheiß wieder einstellen, weil es mich einfach nur nervt. Wir haben sieben Jahre keine Werbung gemacht und mich nervt es einfach nur, ständig beleidigt zu werden. Wir sind nicht noch einer, wir sind der, diejenigen, die institutionellen Handel euch deutschsprachigen Leuten überhaupt erst mal gezeigt und beigebracht haben. Derjenige welche sind wir und nicht noch einer und noch einer und noch einer und noch einer. Das für denjenigen welchen. Also vom 11. bis zum 6. die Plätze füllen sich. Every day kommen Buchungen rein. Und ich meine das ernst. Ich mache 100 Trader pro Jahr. Nein, ich habe keinen Termin danach für nächstes Jahr. Ich habe nie Termine in der Zukunft, weil ich, wer mich kennt, weiß, ich stecke von morgens bis abends in der Leistungserbringung. Ich erfülle unseren Auftrag, unsere Trader auszubilden. Deswegen der eine schreibt ein Buch. Ich sehe das jeden Tag auf Instagram mit dem Untertitel, Trade Smart, lebe frei. Leute, wollt ihr mich alle verarschen? Trade Smart, live free ist seit sieben Jahren mein Slogan. Trade Smart, live free. Seit sieben Jahren. Auf meiner Webseite steht mehr Geld, mehr Zeit, mehr, was steht da? Ich weiß nicht, mehr Geld, mehr Zeit, mehr, ich muss selber gucken. Ich weiß nicht, wie oft das schon kopiert worden ist. Also was machen die Leute? Hier, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit. Was soll das? Aber so ist es mit dem Fachwissen, so ist es mit allem. Es wird einfach, das ist so eine asoziale Branche, es ist krass. Anyways, wenn ihr Fragen habt, bitte an die Fragen-Ad. Ich telefoniere sehr gerne mit ernstzunehmenden Interessenten und erörtere dann auch, ob dieser Beruf für dich sinnvoll ist oder nicht. Und ansonsten freue ich mich auf eure Kommentare und eure Wünsche. Der eine hatte sich Öl-Sculps mal wieder gewünscht, habe ich extra für dich heute Morgen gemacht. Und freue mich ansonsten auf nächste Woche wieder mit euch hier kommunizieren zu dürfen. Bis dann. Trade Smart, live free. Trade Smart, live free. Mario, mein Slogan. Bis dann. Ciao, ciao.